Hallo und herzlich willkommen zur hundertund 26. Folge von Project Dance Team 5. Ich glaube, das ist in etwa richtig, ne? Die Schere nehme ich mal mit, die kommen halt hier hin. So, ich habe nämlich mal ein bisschen was vorbereitet. Ihr seht, mein Inventar ist ein bisschen gefüllt. Wir machen uns heute mal ein Player in the Face. Ich will nämlich, dass mein Wireless-Terminal ein bisschen aufgeladen bleibt. Und darum kümmern wir uns heute. Ja, ich mache hier auch nebenbei schon mal ein bisschen Uran. Äh, äh, nicht Uran. Iridium. Entschuldigung. Äh, ich brauche natürlich noch ein bisschen mehr als das. So, ich packe einfach nochmal ein bisschen rein und erzähle mir, was wir machen wollen. Wir wollen nämlich das Player in the Face machen. Das Player in the Face hat einen richtig tollen Effekt. Und zwar, es erlaubt uns nämlich folgendes zu tun. Wir können dort Items reinpumpen und die Items landen in unserem Inventar. Wir können Items aus unserem Inventar rauspumpen und sie landen da, wo wir sie rauspumpen. Ähm, wir können aber auch, und das ist das tolle, Strom anschließen. Das heißt, wir können Strom in das Player in the Face packen. Und dadurch können wir zum Beispiel unser Wireless-Terminal einfach chargen damit. Und das ist extrem cool. So, ich lasse jetzt das Ding da hinten erstmal googeln. Äh, und wir kümmern uns jetzt mal darum, dass wir den Rest kriegen. Weil wir brauchen noch ein paar Dinge. Wir brauchen jetzt mal einen Phantom-Face, was, äh, ja so, äh, gibt Zugriff auf den Inventar, was ein bisschen weit weg ist. Aber das ist egal. Ähm, Item-Interface brauchen wir. Wir brauchen jetzt mal das Item Laser-Relay. Stabilized Enterprise, Power-Dementin und was weiß ich nicht. Ein Item Laser habe ich schon. Den machen wir noch zu einem AdWarns. Äh, und dafür brauchen wir ein paar Dinge hier unten. Es regnet natürlich. Ich habe eben schon, es hat eben geregnet. Ich weiß nicht, wie oft es regnet hier auf dem Server. Es hat eben geregnet, dann habe ich auf die Nacht gewartet, dann habe ich geschlafen, dann war, war schönes Wetter. Und dann ist jetzt nochmal einen Tag vergangen und jetzt ist schon wieder Regen. Toll, super. Ähm, ich freue mich. So, wir machen erstmal hier ein bisschen Energie rein. So. Und dann gucken wir uns mal ein paar Dinge. Zum einen, Item Laser. Äh, flupp, 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 flupp. So, das Ding kann schon mal ballern. Ähm, jetzt wird das echt nervig. So. Wir haben einen AdWarns-Item Laser. Das ist schon mal Schritt 1. Dann brauchen wir, ähm, äh, ne, alles. Jetzt müssen wir erstmal das Ding noch machen. Dafür brauchen wir noch einen Powered, äh, Ristonia. Da habe ich jetzt nachgeguckt. Wir brauchen einen Netherbrick. Das war's. Äh, verdammt. Ich wusste, ich habe, ähm, ähm, ich wusste, ich habe irgendwas vergessen nachzugucken. Aber wir haben zum Glück gefühlt alles da. Äh, haben wir noch Rosen? Äh, Poppy? Ja. Okay, wunderbar. Nun, wenn ich das empowern. Äh, das ist das, was wir empowern gleich mal ein Block. So. Ist wahrscheinlich besser. Äh, kostet ja genau das gleiche. Wir können, achso, Quark, ich muss zukommen. So, brauchen ein Redstone, ein Brick. Okay, dann mache ich viel zu viel eigentlich. So, okay, egal. Einmal das, einmal das, einmal das, einmal das und einmal das. Das. So. Dann powern wir das Ding mal. Tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü. Ah, ich kann euch gleich mal eine, äh, Frage stellen wegen, äh, wegen Unstable 6. Äh, ähm, Magiemods untereinander verschmelzen oder nicht? Also, ich, äh, ich erkläre es nochmal ein bisschen werte. Also, beispielsweise, dass man, äh, irgendwas Spezielles von Blood Magic braucht, um in Botania weiterzukommen und irgendwas in Botania braucht, um Bloodmagic weiterzukommen, Embers mit eingebunden, Astral Sorcery mit eingebunden und so weiter. Ja, nein, vielleicht. Kartoffel. Ja. So, warte mal. Jetzt muss ich nur kurz gucken. Ja, gut, ich brauche eh die Dinger hier. Ich glaube, es waren zwei, ne? Ein Zone-Block. Zwei davon. Und das? Ja. Aha. Ich kenne nur die Rezepte langsam. So. Damit können wir jetzt hier schon mal ein bisschen was machen. Äh, das Ding zum einen, das Item in the Face. So. Dann Phantom Face. Wir brauchen nur das Diamantin erstmal. Wir müssen dann nebenbei noch ein zweites Diamantin machen. Aber nur ein einzelnes. So. Woraus? So. Da-ding, 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 da-ding und da-ding. So. Okay. Ähm, das ging schnell. Ähm, dann brauchen wir einmal das Ding, einmal das Ding, einmal das Ding und, äh, achso, die zweite Dinger. So. Okay. Dibbidibidib, 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 dibbidibidib. Player Interface. Äh, das wird jetzt interessant, weil da, da fehlt mir nämlich noch ein bisschen was. Ich habe alles bis auf eine Sache und die eine Sache ist die tollste, weil sie so nichts toll ist. Habe ich eigentlich, ich habe gar nicht nachgeguckt. Ja, das hätte ich vielleicht machen sollen. Bitte sag mich auf erst nein. Okay. Ja gut, wir haben eh noch nicht das Iridium dafür. Äh. Oh Mann, okay. Weil das Ding braucht ja hier nochmal für die Iridium-Platten brauchen wir ja nochmal in der Mitte so einen Advanced-Aloy. Das heißt, ich brauche nur vier Advanced-Aloy. Hätte ich vielleicht nicht 20, oder? Cancel. Äh, alloy, äh, äh, mixt. Mach mal erst mal acht. Das ist jetzt gar nicht ganz so viel. So, hier hat er noch einen Haufen drin und ich nehme das mal raus. Achso. Wird eh nicht fertig. Ist egal. Dem fehlen nämlich jetzt noch ein paar Dinge. Er denkt, er macht noch sechs Aluminium-Platten. Äh, hm, 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 okay. Ja. Gut, egal. Äh, ja. Also das war so eine Frage, die ich noch bei Unstable zu mir selber stelle, ob ich das so machen will, ob man es wirklich extrem vernetzen will oder nicht. Ähm, bei anderen Mods, also bei Maschinen-Mods kommt es ja indirekt eh. Weil, äh, worin kann man Gears herstellen? Im Compactor, im, äh, ähm, in der Metal Press. Wo kann man Platten herstellen? Im Compactor, in der Metal Press. Äh, oder halt noch hier Metal-Former. Den haben wir ja auch noch. Äh, und solche Sachen. Aber mehr halt nicht. Und deswegen. So, haben wir schon Mixed Metal? Ja. So, ich cancel das mal. Dann kann er das mal noch fertig machen. Aber wir haben jetzt nicht unbedingt. So. Wir blockieren jetzt erstmal nichts. Weil wir brauchen eh erstmal nur vier. Und ich mach dann einfach noch mehr. Später. Ich find toll, dass das Ding wirklich einfach dauerhaft läuft. Und wir gar keine Probleme haben. Mit Holz oder sonst was. Das ist echt super. Respekt. So, hier haben wir nochmal drei. Na, langsam können wir doch unser Zeug zusammen. Ich glaube, das ist sogar alles, was wir brauchen. Jetzt haben wir zwölf. Wir brauchen vier. Ne, wir brauchen 16. Das heißt, wir brauchen noch vier. Okay. Schade. Ähm. Dachte jetzt, wir haben es schon zusammen. Äh. Äh. Äh, äh, äh. So, äh, was wollte ich jetzt machen? Hier. Drei. Eins fehlt noch. Dübidibidi. Ich füll das Ding einfach mal ein bisschen auf. So. Hm, hm, hm. Ähm, es ist, äh, es ist, äh, übrigens sehr toll gewesen, dass, äh, Terminal Expansion beschlossen hat, äh, die Hälfte der Augmente, äh, zu verändern, gefühlt, von ID her. Wodurch ich, äh, viele Rezepte nochmal neu machen musste. Und weil neue Dinge ja auch dazugekommen sind. Man kann ja zum Beispiel einen Wireless, äh, also man kann aufladen, also so einen Wireless Charger machen, der im Endeffekt halt nur die Flachscapacitor auffüllt, aber füllt etwas auf. Und, äh, das Ding kann man ja dann nutzen, um zu sagen, hey, ich möchte jetzt gerne, äh, wie heißt es, mein Inventar damit laden. Das geht ja. Äh, geht halt jetzt hier in der Version noch nicht, aber in der späteren Version geht's. Es gibt allgemein viele Sachen, die jetzt neu dazugekommen sind, in der 1.12, in der 1.10, aber nicht mehr, ist mir so aufgefallen. So, wir haben drei. Eine fehlt noch. Heißt, wir brauchen jetzt wirklich noch die 4 Iridium. Na gut, zwei haben wir bald. Eieieiei. Okay. So, und dann können wir hier nämlich noch ein Ding machen und dann haben wir's fertig. So, ich packe schon mal das hier weg. So. Dübidibidi. Yay, wir haben zwei von vier. Okay. Und so schwer, muss ich ehrlich sagen, so schwer sind die Dinger gar nicht jetzt hier, äh, zu machen mit dem Iridium. Das einzige Problem ist halt die Zeit. Äh, man kann hier einen Haufen Energie reinjagen, ja, äh, aber wenn ich mir überlege, das Ding hier, konnten wir extrem schnell aufbauen. Äh, wir haben hier drei Enderturbinen drinne, Enderium-Turbinen. Wir brauchen 0,9 Millibuckets. Ähm, wir könnten also theoretisch noch so zweites Ding machen, was uns mehr Syngas produziert, äh, sodass wir hier noch mehr produzieren könnten, theoretisch an Strom. Dann wäre das ja gar kein Problem, dann könnten wir hier noch schneller U-Matter. Außerdem Scrap ist nicht angeschlossen bei mir, die Scrap-Produktion, die muss ich manuell immer nachfüllen. Äh, das ist das Nächste. Das könnte man auch machen und dadurch würde man nochmal mehr, äh, U-Matter erzeugen. Aber, ja, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, äh, ich find's halt immer, weil es, oder anders gesagt, es war am Anfang der Staffel halt eine Riesendiskussion, die kann ich mit, die kann ich verstehen teilweise. Äh, uns wird nächste Staffel nicht ganz so schwer, weil die ganzen, ähm, U-Matter-Sachen, also diese Blöcke, mit denen wir alles mögliche machen, diese Advanced, äh, wie heißen sie, Advanced? Advanced, Machine, Blöcke, äh, die wären ja weniger eingesetzt. Und man braucht's ja nur theoretisch ein-, zwei-, dreimal zu machen und dann hat man's. Das heißt, das ist jetzt nicht unbedingt so das Problem, finde ich. Ähm, aber dann müssen wir eh nochmal schauen, wie das dann ab der nächsten Staffel ist. Mit dem ganzen Zeug. Also wie sich's praktisch auslebt. Weil das Problem ist halt, ich glaub, das hab ich schon mal erzählt, äh, der Bilder und... Und, also, der Bilder als Query beispielsweise kann ja alles abbauen. Egal, was für Mining-Levels hat. Äh, was echt, äh, ich weiß nicht, ich find das nicht toll. Es macht nämlich vieles kaputt, wenn man versucht irgendwie zu balancen. Ähm. So, Moment. Oh, klub. Äh, deswegen müssen wir da nochmal schauen. Also es wird wahrscheinlich so sein, dass das Ding dann erst gemacht werden kann, wenn man das letzte Erz von der, äh, Stufe her minen kann. Weil es einfach sonst doof ist. Das heißt, man muss erst mal einen Haufen Minen, man muss einen Haufen Progression erst mal machen, indem man so ein Bilder machen kann. Was teilweise, also, beziehungsweise das Query-Upgrade für ein Bilder wird es werden. Ähm, so, wir haben das Play-In-The-Face. Kann ich eigentlich, ich kann nicht drauf zugreifen, okay. Ähm, Bound-to-Me, das ist schön. Kann ich... Und meine Hand da unten in den Fluxpoint. Und ich klatsch das Ding mal hier neben meinem Bett. So, machen wir das mal dran. Verbindet sich das, wenn ich da jetzt sage ich ja. Ja, wir laden uns auf. Sehr schön. Das heißt, unsere Weile ist, äh, ME-Terminal lädt sich jetzt auf. Wunderbar. Sehr schön. Zwar nur sehr, sehr langsam. Weiß nicht, wie viel Strom das Ding überträgt. Nicht, dass wir jetzt gerade unser komplettes Netzwerk leer machen, wobei ich mich dann fragen würde, warum. Nee. Kommen wir noch hinterher. Die Dinger gehen langsam an. Beziehungsweise das Ding hier. Das ist beide ja nicht. Anscheinend ist das ein Limit. Wie schnell es aufladen kann. Also entweder das Terminal hat ein Limit oder das Fun and Face hat ein Limit. Äh, nicht Fun and Face, das Play in the Face hier. Ich finde es übrigens immer nervig, dass es sofort anzeigt, wenn man hier irgendwie mit der Maus drüber fährt. Ich fände es besser, wenn man einen Rechtsklick machen muss. Den Strom meinetwegen, aber diese Einblendung in der Mitte des Bildschirms ist einfach nur nervig. Da überlegt man, ihr lauft hier lang und dann immer, wenn ihr irgendwas hier macht, dann kriegt ihr diese Einblendung. Es ist, ich weiß nicht. Ich finde das nicht toll. Äh, was ich auch noch gerne machen würde, wäre ein Sludge Refiner. Ähm, da müssen wir nochmal machen. Und ich will eine große Drum noch haben. Für, äh, die Essence. Die Mob Essence. Äh, es gibt nämlich diese... Demony Kelly Gargantuan Drum. Wofür wir ein bisschen was brauchen noch. Äh, aber... Dieses Ding ist einfach. Äh, und das Ding kann nämlich extrem viel speichern. Dafür brauchen wir allerdings noch Demon Ingrid. Äh, hab ich Nether Brick und Sardifier. Hab ich noch Lava Eimer. Nö. Wo ich mal stellen Lava und Goldzeug mitnehmen. Und dann machen wir uns mal ein bisschen Dämonik. Innen gibt's. So. Zwei, drei, vier. Ah! Das war tuff. Zum Glück sind wir nicht im Nether, sonst wäre das schon überall. Okay, ich darf anscheinend keinen Stack reinwerfen. Alle klar. Ich dachte jetzt, okay, wir wirst einfach mal einen Stack rein. Nein. Ich muss das Einzel machen. Toll. Das funktioniert ja nicht immer, ne? Muss ich vielleicht eine Weile warten? Nee. Das funktioniert nur jedes x-te Ingrid anscheinend. Eins, zwei, drei. Ja, okay. Wir machen einfach mal ein paar. Der Stack Gold schaltet jetzt auch nicht. So. Tschüss. Dankeschön fürs Mitmachen. Äh, und auf Wiedersehen. Hier unten war noch der, den muss ich mal wegmachen, den Draw da. Ähm. Das füllt sich langsam auf, wunderbar. Es verbraucht natürlich auch extrem lange, aber das darf man nicht vergessen. Äh, hab ich noch einen Eimer. Kann ich zehn Eimer machen. So. Brauchen wir jetzt eh noch ein paar für, hier die Drum. Nein. Drum. Eins, zwei. Äh. Drei, vier. Weil hier brauche ich zwei. Das heißt, ich brauche hier vier. Das heißt, ich brauche hier acht. So. So. Das soll. Das wird doch einmal. Okay. Da crafte ich mal schnell so ein paar. So. Eins, zwei. Okay. Wir haben die acht Drums davon. Dann brauchen wir Eisenplatten. Äh, ich würde sagen, 20 reichen, oder? Vier mal sechs macht. Vierundzwanzig. Äh. Okay, machen wir mal zehn hinterher. Okay. Ah, Hilfe. Manchmal ist mein Handy echt ungebilligt. Ich leg's mal da hinten hin. Da hört man's nicht, wenn's. So. Gut. Äh, die Minden jetzt haben wir. Können wir eigentlich was Tolles noch aus den Demonen jetzt machen? Mop-Loop-Tricator. Okay. Ja. Äh, falsch. So. Und wir brauchen noch Iron- Iron- Pressure- 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 Plates. Gott, das will ich nicht. Kann ich nicht mehr sprechen. Zwei. Drei. Kommt, die Vierde. Hm, hm, hm. Kommt eins. Sehr gut. So. Reinforced Drum. Wir haben nichts. Äh. Aber wir können auch nicht machen. Eins, zwei. Wunderbar. Achso. Eins. Nein, ich bin eine Äußer. Nein. Okay. Wegen einer Äußer. Ah, Mann. Ich das hasse. Aber wir haben einen Creeper-Spawner. Das heißt, es sollte nicht so lange dauern. So. Ich höre doch noch einen Creeper. Da. So. Kommt, wir haben nochmal vier. Wunderbar. Gut, äh, tschüss. Nein, tschüss. So, dann können wir nochmal ein bisschen was machen. Und zwei. Dann. Flupp. Äh, ich brauche noch mehr Stahlplatten. Und dann haben wir es ja, ne? Achso, Gold noch. Gold Pressure Plates. Und dann leite ich nämlich die Essence da rein. Dann haben wir nämlich wesentlich mehr Speicher. Und dann dauert es eine ganze Weile, bis wir das voll haben. So. Und das Ding. Wunderbar. Weil das Ding kann nämlich, äh, wirklich, also nicht nur viel, sondern wirklich extrem, extrem viel speichern. Äh, ich weiß gar nicht, einen Auto-Output hatte ich nicht in den Drums, ne? Hm. Wo soll ich mal hier denn nennen? So. Das konnte ich nicht. Hm, dann nenne ich mal jetzt Redstone. Huh? Äh. Drangebe. Doch, es funktioniert. Und ihr seht, wir haben die Möglichkeit, 65.000 Eimer zu speichern. Das ist ne Kleinigkeit. Ne klitzekleine Kleinigkeit. Dü. So, das Ding soll dann jetzt, äh. Na gut, hier haben wir auch 256 Eimer sogar schon drin. Also. Ist ne ganze Menge. Das, ach, wir müssen mehr, wir müssen mehr Pisten reinmachen. Oder Warnspisten? Äh, das war ein Pisten, ne? Moment. Äh, hab ich noch welche? Nein. Äh, Pisten. Machen wir mal 10 Stück. Da hören wir mal die Pumpgeschwindigkeit ein bisschen. So. So. So, vier Eimer. Das sieht doch besser aus. Anstatt nur diese 100 Millibug, so, was weiß ich nicht. Und wir können das auch mal ein bisschen schöner machen. Hab ich noch einen Hebel. Ja. Machen wir jetzt mal mit dem Hebel hier oben. So. Besser. Das gefällt mir gleich wesentlich besser. So, ja. Dann pumpt das Ding schön. Wir sammeln hier unser, äh, nicht Dämonik Zeug, sondern, oh, was hab ich denn hier gemacht? Äh. Fehlt einfach mal die Hälfte. So. Ähm, was soll ich sagen? Na. Äh, in unserer Gaganturen-Drum haben wir dann die Essens drin. Das wollte ich eigentlich sagen. Genau. Gut. Äh, aber es ist schön. Wir haben jetzt. Unser, äh, unser, äh, Terminal lädt sich wunderschön auf. Das ist klasse. Ah, schön. Okay. Wir müssen uns mal überlegen, was wir mit dem Sludge machen. Man, wie viel kostet der Sludge? Ein bisschen feiner. Das geht sogar. Können immer noch keine Gears übrigens auto-craften. Ist mir gerade aufgefallen. Das sollten wir auch mal angehen. Ich meine, so brauche ich Gears nicht, aber... Weil, was man immer nicht vergessen darf, ähm, was viele Leute immer in Rezepten sehen. Die Rezepte sind schwer, ja. Aber es sind Maschinen, die man nicht irgendwie 20 Mal machen muss. Beispielsweise ein Sludge Refiner reicht meist, wenn du ein oder zwei hast. Und da ist jetzt nicht unbedingt so das Problem, wenn du jetzt sagst... Upsala. Tausend wollen wir nicht machen davon. Ähm, und ein Sludge Refiner ist beispielsweise ein Block, den du nur einmal brauchst. Ein Void-Ohr-Miner hast du meist auch nur einen. Und so weiter. Das heißt, die ganzen, äh, Sachen, die da so viel kosten... Achso, stimmt. Ich brauche nur Twainstalloy dafür. Das war ja das Problem. So, wie viel Stahl haben wir eigentlich noch? Kaum noch was. Machen wir 200. Go. So. Gut, dann brauchen wir jetzt nur noch den Rezepte Machine Frame. Jo. Das Ding arbeitet wunderschön. Klasse. Okay. Gut. Dann können wir nämlich nochmal ein Sludge Refiner machen. Dann kriegen wir nämlich noch das letzte Zeug verarbeitet. Und das sorgt dann dafür, dass wir aus Sludge alles mögliche wie Clay, Dirt, Gravel und so weiter kriegen. Das heißt, wir haben dann einen Clay-Überschuss, wir haben einen Sand-Überschuss. Das heißt, wir brauchen unsere Automatisierung weniger zu benutzen da unten, die uns automatisch immer das Zeug erzeugt aus Covalstone oder aus, äh, Sand. Ähm, das ist ein Riesenvorteil, finde ich jetzt, weil es nochmal weniger was laufen muss. Wir haben eine Maschine, dafür müssen viele Enden weniger laufen. Ähm, sieht's aus. Ich hoffe, das ist noch die Lümpenplatten, okay. Ich kann ja schon mal hier nach einem schönen Plätzchen für dich suchen. So, ähm, das Ding muss ich dann konfigurieren und selber rauspumpen, ne? Ähm, dann mach ich das mal mit hier hinten hin. Hier komm ich rein. Äh, weil hier hab ich noch ein bisschen Platz und hier hab ich Interface, in die ich einfach reinpumpen kann. Äh, beziehungsweise ich könnte es hier von mir hin machen. Also ich brauche, Moment, das Ding brauche ich noch Energie. Ähm, hier hinten hab ich nichts, was Energie benötigt. Äh, Moment. Dann vielleicht doch oben. Gut, ich meine, ich könnte so ein Wireless, äh, RF Charger oder irgendwas machen. Hm, weil ich finde immer, das ist das Problem, was diese Flux Points haben. In meinen Augen. Gäbe es von diesen Flux Points, äh, Möglichkeiten, verschiedene Tears zu haben, die verschiedene Übertragungsraten haben, wäre super. Das wäre absolut super. Ähm, weil das verhindert so dieses, äh, Problem, was ich jetzt habe, was ich praktisch die ganze Zeit mit mir selber kämpfe, weil ich mag nicht, wenn man einfach dann immer ein dasselbe Item craftet die ganze Zeit, äh, und kann es überall anschließen. Man braucht sich keine Gedanken mehr über Kabel machen. Ist ja so. Wir brauchen nur einen Haufen Input. Hauptsache, wir haben genug Input, damit wir am Ende outputten können. Und das ist das Riesenproblem. Äh, es macht so ein bisschen das Spiel in meinen Augen kaputt, wenn man nicht verschiedene Tears hat. Wenn man also wenigstens ein bisschen Aufwand betreiben muss, oder was weiß ich nicht, oder Verlust hat, oder keine Ahnung. Dass man nicht einfach auf die Idee kommt, ey, ich klatsch jetzt alles da dran. Dass, äh, beispielsweise der Wireless, äh, RF Transmitter hat ein Limit. 80 RF pro Tick. Mehr nicht. Haben die anderen nicht. Und das ist doof. Das ist, was mir so aufgefallen ist und was ich immer noch doof finde. An vielen Stellen. Aber, ja. Es ist toll, aber auch teilweise nicht toll. Weil es eben so vieles zu einfach macht. Also, was heißt zu einfach? Äh, zu frustfrei. Beispielsweise das Ding jetzt hier. Ich hatte vorher hier ein Kabel oben lang gelegt. Jetzt habe ich einfach das Ding hier. 80 RF haben nicht ausgereicht. Oder beziehungsweise es hat nicht drauf reagiert, auf diesen, äh, Wireless RF Transmitter, glaube ich. Äh, und die haben ja noch eine... Die verbrauchen noch Grid Power dazu. Das heißt, wir brauchen Grid Power für die Dinger. Das kommt ja noch dazu. Die Dinger verbrauchen ja gar nichts. Das ist das Problem. Das ist echt das Problem. Was ich mit diesem Mod habe. Gäbe es da irgendwie einen Hard Mode davon, würde ich sofort nehmen. Ähm, ich weiß viele Leute, aber ich verstehe das immer nicht. Ähm, und ich kann auch verstehen, dass viele Leute sagen, hey, ich will einfach nur irgendwas Tolles machen können. Äh, ich will nicht viel Arbeit da jetzt unbedingt investieren müssen. Äh, für sowas Einfaches wie RF von A nach B übertragen, wenn ich so einen Mod drinne habe. Äh, kann ich vollkommen verstehen, diese Leute. Aber für mich ist das, äh, keine Option. Für mich ist es einfach nur, ne. Äh, ich weiß nicht. Gut, äh, hier. Soviel dazu. Ich hole mal das hier nochmal raus. Äh, das ist... Ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Es ist einfach für mich doof, wenn ich alles, äh... Wenn ich alles einfach... einfach habe, oder? Es macht echt... In meinen Augen macht es alles kaputt. Wenn man alles einfach so haben kann. Ohne Konsequenzen. Egal. Ähm... Refined Machine Frame Pyreothium. Das Ding wollten wir noch machen. Warten wir mal kurz. Und dann haben wir noch einen Slush Refiner. Und hat zwei Dinge sogar gemacht, diese Folge. Ich bin stolz auf uns. Mh, 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 mh. So. Äh. Mh, mh, mh. Achso, stimmt. Der muss ja jetzt... Erstmal das Pyreothium noch aufschmelzen. Dann muss das da rein. Und dann... Ja. Okay, dann müssen wir kurz warten nochmal. Ja, so. Ich wollte mich gerade gemütlich hinsetzen. Ja, so schnell geht's. Okay. Äh, Slush Refiner. Wo ballen wir denn jetzt hin? Ähm... Habe ich noch überhaupt ein Wireless? Nein. Äh, habe ich noch Stoneburned? Ja. Äh, Dingens hier. Und... Flupp. So. Ähm. Mh, 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 mh. Mh, 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 mh. Mmh. Mach mal was erst mal hier. So. Äh. Hebel. Und Pisten nochmal. Wunderbar. Output Items. Gut. Chest. Habe ich einen Diamanten? Ich habe keinen Diamant Schiss mehr. Ah ne, äh, weil das erstmal, das Ding noch. Okay, das Ding hat auch nicht. Das ist das Problem, es reagiert auf viele Sachen nicht. Okay, auch wenn ich eigentlich dagegen bin, ich mache es jetzt einfach. Das sagen ja immer viele, ich soll es einfach machen. Auch wenn es eigentlich viele Ding kaputt macht. Ne, okay. Ne, wir kriegen Zeug. Wunderbar. Ist halt jetzt doof, dass es jetzt hier so ist. Warte mal. Ach, ne, wobei, 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 wobei. Ne, ist gut so, ist gut so. Dann kann ich es nicht wieder weg machen. Äh, wir machen das nur von hier unten. Äh, so. Ah, ne, warte, warte, wir machen das Ding doch nach unten. Äh, das Ding unten drunter. Und so. Ich habe hier, glaube ich, kein, da hinten ist es. Ich könnte es hier vorholen, aber warum ist es hier eigentlich? So. Äh, ne, lass mal machen. So. Okay, äh, habe ich denn noch, äh, ach, Diamantchest hat schon geguckt, hatte ich nicht. Moment. Ich mache schnell eine. Äh, Diamantchest. Bin ich blind? Da. Okay, ähm. Wunderbar. Äh, und dann gibt es nämlich noch so ein tolles Item, was ich gerne mal ausprobieren möchte. Von Extra Utils. Da gibt es nämlich dieses Flat-Ding. Wobei, hatten wir das letzte Mal damit Probleme gehabt? Ich weiß nicht, ob wir das letzte Mal damit Probleme hatten. Ähm. Moment. Äh, hold control and place into reverse. Okay. Ah, wunderbar. Okay. Funktioniert. Gut. Damit kriegen wir jetzt die Items nämlich hier raus. Ich mache die mal alle weg. Wunderbar. Und dann kriegen wir jetzt einen Haufen Zeug. Äh, müssen halt hier vielleicht nochmal einen Enderchest oder sowas hinmachen. Ähm. Was ja nicht das Problem ist. Ähm. Habe ich noch einen Enderchest? Ja. Da machen wir noch Diamanten mit. Und machen wir die nochmal hier. So. Gut. Da haben wir unsere Input-Kisten. Na, hi. Unsere Input-Kiste und dann setzen wir es einfach in die Diamant-Kiste. Gutes. So. Und dann gehen wir jetzt durch den ganzen Slutsch durch und machen da draußen mal tolle Sachen. Äh. Also das Ding weg. Äh. Das Ding hin. Das einfach mal da wieder rein alles. Schupp. Schupp, schupp, schupp. So. Das Problem ist natürlich, manche Sachen werden nicht, äh, genommen jetzt erstmal. Muss ich dann mal gucken. Was praktisch noch drinnen bleibt, müssen wir dann irgendwie noch regeln über Draw oder sonst was. Ähm. Meinen Großteil sollte trotzdem rausfallen. Äh. Mit Selium auf jeden Fall nicht im Pot, so oder nicht. So viel weiß ich. Äh. Äh. Ich würde die gerne irgendwo hier. So. Okay. Brauchen wir wahrscheinlich dann noch wesentlich mehr World Upgrades. Habe ich kein Source-Hit? Doch. Sollte er also auch nehmen dann. Gut. Red Sand nimmt er nicht. Jetzt nimmt er ihn. Okay. Ich glaube, er hat im Moment ein bisschen Probleme. Er kommt nicht hinterher. Brauchen wir unbedingt einen besseren, äh, Import, beziehungsweise Export, glaube ich. Das ist zu langsam. Das ist, glaube ich, definitiv zu langsam. Das ist, glaube ich, definitiv zu langsam. Weil er ja nicht mehrere Items auf einmal nehmen können, sondern immer nur speziell. Ähm. Habe ich noch einen Slave? Oh, und die Folge ist eigentlich der Ende. Ach, verdammt. Okay. Äh, dann würde ich sagen, wir beenden jetzt erstmal die Folge. Ähm. Ähm. Und wir bauen dann das nächste Mal hier in den Slave hin. Ähm. Ähm. Was ist jetzt passiert? Was? Okay. Ähm. Wir haben den Server zum Abschluss gebracht. Toll. Äh. Ja. Tolles Ende für die Folge, ne? Gut. Äh. Dann würde ich sagen, erstmal, äh, auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und noch einen schönen Tag. Ich versuche jetzt mal rauszufinden, warum der Server sich ausgeschaltet hat. Gut. Dann, äh, ja. Ciao. Ähm. Ähm. Ja. Gut. Ciao.